Liebe Lernende, Wahnsinn wie die Zeit für Gott. Jetzt habt ihr eure Lehre schon hinter euch gebracht und die Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden. Wir sind wahnsinnig stolz auf euch. Unfassbar. Wutempfehl. Strapazierend. Erfolgreich. Chili. Super. Fabelhaft. Spannend. Spassig. Kreativ. Hey. Dass ich bis zum 7. Mal da war vor dem 5. Morgens. Grüß. Dass es kein Tag war wie der andere. Dass ich alle Swisscales mitmachen konnte und dass mich die Veganer dort unterstützt hat. Abschluss. Zeit mit den Lehrlingen. Der Ausflug in Europa auch. Dass ich fertig bin mit den Lehrern, dass ich alles hinter mir habe und mit der Lehre kann. Aufstehen, wenn ich will. Mein Traum als TV-Moderator nachgehen. Ich bin bereit, das zu machen, was ich will. BMS. Voller Lohn. Ferien. Ich stehe weiterhin hier in die Mikaner zu arbeiten. Ich habe nicht mehr so viel gelernt. Aber 5 Wochen Ferien. Ja, das ist schlecht. Ihr habt viel Pläne für die nächste Woche, für die nächsten Jahre. Wir sind unglaublich stolz auf euch, was ihr in den letzten paar Jahren hier in der Lehre geleistet habt. Und wir wünschen euch für die berufliche und für die private Zukunft noch das Beste. Alleszeichen. Und das ist noch für die kleinen Gesperien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.